Musik Mein Name ist Benjamin Lupp, ich bin 32-jähriger autodidaktischer Künstler aus Bochum und habe mich in den letzten Jahren auf das Zeichnen von Porträts spezialisiert. In erster Linie in Kohle oder in Pastel, manchmal auch in Öl oder in Gouache, aber doch in erster Linie im trockenen Mädel. Ich habe im Grunde schon mein ganzes Leben lang immer gezeichnet, von der Grundschule an, vom Kindergarten an, immer unheimlich viele Stifte gehabt und immer alles ausprobiert. Aber was mich dann im Laufe der Jahre doch wirklich in die Kunst, in die professionelle Kunst eingeführt hat, war, dass ich vor ca. 15 Jahren eine aus Kalifornien stammende Künstlerin kennengelernt habe, die mittlerweile in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, eine Kunstschule hat mit einem Atelier und einer Galerie. Und sie hat dann im Laufe der Zeit mich einfach wirklich für die professionelle Kunst begeistert. Wir sind zusammen in Galerien gegangen, wir sind in Museen gegangen und wirklich, sie hat diese Faszination in mir geweckt, ob es jetzt die alten Meister waren wie Da Vinci, Rembrandt, Michelangelo. Zu diesem Zeitpunkt ist es mir zwar noch nicht möglich gewesen, wirklich anatomisch korrekte Sachen zu zeichnen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass die Geometrie und die Anatomie von Gesichtern und von Figuren einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das hat mich dann auch sehr schnell dazu gebracht, mich mit Büchern zu beschäftigen, mich mit Videos zu beschäftigen, die mir einfach helfen, diese Anatomie zu lernen. Ob es jetzt Bücher waren von Bern Hogarth, von Andrew Loomis, die wirklich in den 50er und 60er Jahren teilweise richtige Grundwerke der Anatomie geschaffen haben. Und darüber habe ich dann relativ schnell gelernt, wie ein Gesicht aufgebaut ist, wie ein Körper aufgebaut ist und habe dann da immer daran weitergearbeitet, um einfach zu lernen, wie kann ich ein Gesicht freihändig zeichnen und so, dass quasi auch alles an der richtigen Stelle ist. Einige Jahre später bin ich dann dadurch auf zeitgenössische Künstler aufmerksam geworden, wie Casey Barr, wie David Casson, die neben ihrer professionellen Kunst, die sie betreiben, auch Workshops geben, die leider dann allerdings in Los Angeles oder New York stattfinden. Aber mittlerweile haben beide auch DVD-Workshops und Online-Workshops gemacht, worüber ich einfach unheimlich viel gelernt habe. Weil sie in ihren DVDs nicht nur sich auf die Kunst, beziehungsweise auf das Zeichnen selbst spezialisieren, sondern auch so ein bisschen dazu erzählen, was sie sich dabei denken. Das heißt, sie setzen sich hin und machen eine Zeichnung, die, ich sag mal, acht bis zehn Stunden dauert und sie erzählen die ganze Zeit durch, was sie sich dabei denken, warum, was, wie, an welcher Stelle gemacht wird und warum, welcher Strich oder welches Licht und so weiter. Das wird alles wirklich sehr, sehr genau erklärt. Und das hat mir dann auch ein Verständnis dafür gegeben, warum oder wie ich etwas zu zeichnen habe. Das hat dann im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre auch dazu geführt, dass sich so eine Art Philosophie aus dem Ganzen entwickelt hat. Das ist eine Philosophie, die ich vielleicht in gewisser Form von anderen Künstlern adaptiert habe, aber auch in gewisser Weise einfach für mich selbst entdeckt und für mich selbst entwickelt habe. Das bedeutet im Grunde, dass ich mich nicht hinsetze und eine Zeichnung mache und damit einfach nur jemanden abbilde, was gewisserweise auch schon zu einer Karikatur führen kann. Sodass man jetzt sagt, ich habe hier jemanden, der hat eine große Nase und hat einen Bart und ich mache jetzt eine Zeichnung davon und dann hat er eben auch eine große Nase und einen Bart. Und das ist es, sondern es ist eigentlich viel tiefer gehend. Ich möchte ja den Menschen nicht einfach nur abbilden, sondern in gewisser Weise auch ein Gefühl rüberbringen, wobei ich einfach den Charakter dieser Person rüberbringen möchte. Das passiert eigentlich relativ automatisch, wenn man sich einfach mit einem Gesicht sehr lange beschäftigt und dadurch, dass so eine Zeichnung wirklich sechs, acht, zehn Stunden dauert, man einfach sehr, sehr viel Zeit mit diesem Menschen oder mit diesem Gesicht verbringt. Man fängt einfach an, ein bisschen an dem Leben des anderen Menschen teilzuhaben. Das heißt, wenn ich mich mit Details aus seinem Gesicht beschäftige, ob es jetzt irgendwelche Falten, Narben oder irgendwelche kleinen Details, Unebenheiten sind, die ich möglichst sehr detailgetreu versuche, in meinen Bildern umzusetzen, dann lerne ich einfach unheimlich viel über diesen Menschen. Ich habe dabei einfach relativ schnell gemerkt, dass ich auch nichts unbedingt beschönigen muss oder auch möchte, weil ich diese Person einfach so darstellen und so abbilden möchte, wie sie einfach ist. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und auch bei einem weiblichen Gesicht beispielsweise anfangen, irgendwelche Augenringe oder irgendwelche Unebenheiten wegzulassen, weil all diese Details und quasi diese Summe dieser Details einfach den Charakter des anderen Menschen ausmacht. Und ich habe dadurch einfach so ein bisschen für mich auch entdeckt, dass man kann es auch so betrachten, das ist quasi so ein bisschen die Poesie an dem Ganzen, dass selbst wenn es den anderen Menschen nicht mehr geben sollte, es wahrscheinlich mein Bild noch geben wird. Und wenn jetzt quasi, ich sage jetzt mal, die Nachwelt dieses Bild und diese Zeichnung sieht, dass sie einfach merken oder einfach sehen, diesen Menschen hat es gegeben und dieser Mensch ist jemandem so wichtig gewesen, dass er wirklich viel Zeit und viele Stunden sich damit beschäftigt hat, von dieser Person eine Zeichnung zu machen. Hierbei habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass Kunst und die Zeichnungen an sich einfach eine sehr universelle Sprache ist, weil es einfach ein Ausdruck eines Gefühls ist, ohne einfach eine Sprache. Das heißt, ich zeige und ich stelle mit diesen Bildern dar, was ich empfinde, wie ich mich fühle, wie ich mein Umfeld wahrnehme und ich kann das einfach rüberbringen, ohne dafür eine Sprache zu gebrauchen. Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass ich fast ausschließlich nachts zeichne. Es hat in erster Linie keinen bestimmten Grund dafür, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mich nachts, wenn alles ruhig ist, unheimlich wohlfühle und in wirklich in aller Ruhe arbeiten kann. Das heißt, ich habe keine Störeinflüsse von außen, ich habe keinen Straßenlärm, sondern ich bin ganz für mich alleine. Und in gewisser Weise habe ich einfach im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass es fast schon wie eine Art Meditation ist. Das Merkwürdige dabei ist wirklich, dass man, wenn man sich zehn Stunden an so ein Bild setzt, man die Zeit auch wirklich vergisst. Es gibt im Grunde nichts Vergleichbares, was man in seinem Alltagsleben tut, was so eine große Zeit in Anspruch nimmt. Selbst wenn man einen Job hat, wenn man einen Bürojob hat, man würde ja nicht acht bis zehn Stunden wirklich das Gleiche tun. Deswegen ist es wirklich etwas sehr Individuelles. und ich habe dabei auch so ein bisschen gemerkt, dass wenn so ein Bild entsteht, was ja wirklich ein sehr langer Prozess ist, was aber auch ein sehr spannender Prozess ist, an dem man dann teilnimmt, was dann selbst teilweise mal überrascht, dass es quasi so ein bisschen eine Analogie hat zu der Zeit, die man verbringt. Das bedeutet, ich fange wirklich in absoluter Dunkelheit nachts an, habe ein leeres Blatt und fange an, grob irgendwelche Schattenflächen anzulegen und erstmal so die Grundstruktur des Gesichts einzufassen und dass ich dann im weiteren Verlauf über die Nacht hin bis dann zum Sonnenaufgang, bis im Morgengrauen, wo das Bild dann fertig ist, dass es wirklich wie so eine Art Geburt des Bildes ist. Und das ist wirklich dann die Analogie zu dem Zeichenprozess selbst, weil ich im Laufe der Entstehung des Bildes einfach mit verschiedenen Materialien, sei es jetzt halt Pastell, Kohle oder auch Grafit, einfach über das Übereinanderlegen von Schraffuren aus diesem Nebel, den ich eigentlich zunächst mit Kohle, mit Kohlepulver oder auch mit Pastellpulver erzeugt habe, dieses Gesicht herausarbeite. Hierbei habe ich relativ schnell für mich selbst entdeckt, dass es quasi einen gewissen Fokus natürlich in dem Bild gibt und ich mich eigentlich dadurch halt auch ausgiebig damit beschäftige, diesen Fokus herauszuarbeiten. Das heißt, ich möchte eigentlich jetzt keinen Fokus auf irgendwelche Haarspitzen oder auf unbedingt einen Kragen oder eine Schulter oder so legen, sondern ich möchte halt wirklich den Fokus mitten im Bild haben. Wenn man sich jetzt ein Dreieck vorstellt, was aus den beiden Augen und der Nasenspitze besteht, dann möchte ich quasi wirklich den Fokus ganz stark dahin legen und beschäftige mich halt dadurch wirklich auch die meiste Zeit des Bildes mit den Augen, mit irgendwelchen Details im Auge, Lichtreflexion und so weiter. Auch Details, Unebenheiten in der Nase, in der Nasenstruktur, wie man dann auch mit verschiedenen Materialien herausarbeiten kann, dass wirklich der Fokus dann da liegt und alles, was drumherum ist, ob es jetzt wirklich die Haare sind, ob es der Kragen, der Ansatz der Kleidung ist. Das lässt sich dann mit einfachen Strichen, teilweise braucht man nur eine Andeutung machen, und dann einfach so ein bisschen dann aus dem Fokus rausnehmen. Nachdem ich jetzt in den letzten Jahren mittlerweile wirklich viele Zeichnungen gemacht habe, habe ich für mich selber auch gemerkt, dass, wenn ich mich wirklich hinsetze und eine Zeichnung mache, dass ich in gewisser Form einfach mein härtester Richter bin und mich selber immer ein bisschen anschieben möchte, dass ich wirklich eine gute Zeichnung mache, obwohl in gewisser Weise es gar nicht so wichtig ist, eine gute Zeichnung zu machen oder vielleicht auch eine bessere Zeichnung zu machen als die, die man beim letzten Mal gemacht hat. Man muss für sich selber einfach erkennen und auch entscheiden, dass man einfach eine Zeichnung macht, die ehrlich ist, die in gewisser Form einfach die Person darstellt, die ich zeichnen möchte, die genau das rüberbringt, was ich rüberbringen möchte, sei es jetzt mein Gefühl oder möchte ich einen bestimmten Ausdruck erzeugen. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob die Zeichnung jetzt für sich alleinstehend gut ist oder sehr gut ist. Das ist dabei wirklich relativ unwichtig. In gewisser Form habe ich dadurch auch erkannt, dass wenn man eine Zeichnung macht, dass es auch gar nicht um Sachen wie richtig oder falsch geht oder ob es jetzt gut oder schlecht ist, sondern es ist wirklich einfach eine gewisse Form von Ehrlichkeit. Denn ich sage mal, am Ende des Tages geht es einfach darum, dass man ein gewisses Stück Kunst auf diesem Planeten hinterlässt. Bis zum nächsten Mal.